Böcklückung und der Rettung der Kruppel 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 die erheblich sind das Sender auch die mich jetzt runter schubsen oder nicht und um einen der erste Versuch ist schon mal schief büro Kruppel er ist ja eigentlich keinen Plan wie ich den Raum mache den ersten ich bin von dem Level sollte aber egal sein irgendwann schaffe ich ihn schon Röhrer 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 Super Ich muss nur den ersten Raum hier schaffen Nur den ersten Raum Schau 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 Nein, da bin ich nicht Schau Du dumm Du dumm Richtig dumm Du dumm Du dumm Du dumm Du triffst mich nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte Wir hätten Feuerball geschossen, Hilfe Ja, nein, oh Der Raum kann dauern Ich kann ihn entweder mit dem ersten Mal schaffen Oder ich kann ihn einfach erkennen Verzweifeln Na okay, so verzweifeln vielleicht nicht, aber Er ist halt random Voll zufällig Vor allem diese, diese ist am zufälligsten Die kann jetzt auf mich zuchargen und dann Gut, hat sie nicht gemacht Oh, schau Einfach weiter, einfach weiter Ah, ich hab's eigentlich Ich hab's Super, ja So hätte die andere auf mich chargen können Dann wäre ich geschichte Das geht da rein Super In den Laufenkopf Haben wir das geschafft Ja, hey Wenn ich da jetzt runtergefallen wäre, wäre blöd Irgendwie Komm her Komm her Ich stirb Gut Und hoch Ich hab viel zu wenig Energie, aber Nein, das ist mein letztes Leben Das ist nicht wirklich dumm Ja, ich werde verkacken Ich bin tot Und wär das doch nicht mein letztes Leben Dann müsste ich jetzt diesen Raum nicht nochmal machen Hallo Na super Tja Tja Versprung Und Ach Wollen können Federende, ich bin echt von der Erböge Bitte Charge, sie hat auf mich auch Schleimi Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch Ich habe's geschafft Das sind vielера Super der Welt die 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 Herr Stürmer und ich springe darüber Der hat mich sowas von da reingezielt. Respekt, Alter. Das schafft nicht jeder. Mich genau in dieses Loch da reinzuschießen. Was ist denn noch? Ah, gut gemacht, Mr. Skeleton. Ey. Du kannst gut zählen. Na weg hier nicht, dass du mich da nochmal reinkriegst. Du hast auch ge... Wie unfair machst du das gerade? Du gehst einfach nicht... Ich bin tot. Ah, nicht so. Das war eigentlich nicht so an diesem Level. Das ist gerade ziemlich erbärmlich. Ich bin durch die anderen Level ganz gut durchgekommen. Das gleicht sich hiermit aber wieder aus. Der da oben. Der müsste das Skeleton da oben. Der hat mir noch nie Probleme bereitet. Aber jetzt gerade irgendwie... Stirb! Geht doch. Einfach schnell durch. Hier durch. Super. Das gleiche hier. Warten vielleicht auf diese beiden. Und dann auf diese Treppe. Dann ist man schon gut. Dann ist man schon gesichert. Weil Treffer sind ziemlich egal. Aus einem Grund, den wir gleich erklären werden. Und zwar, wir sterben hier. Ja, wir fangen jetzt wieder hier an. Und wir ein bisschen Kessel, wenn er kennt, der weiß, was jetzt kommt. Ich werde es jetzt gleich sehen. Okay. Okay. Wer erwartet uns hier wohl? Hier ist ein Sarg und hier ist... Wer ist denn hier? Mr. Dracula! Mal gucken, ob wir den schaffen. Er ist ein sehr, sehr schwerer Boss. Das muss man dazu sagen. Und ich habe ein bisschen zu wenig Herzen. Aber vielleicht geht es gut. Hör, rüber, springen! Bloß mal bewegen, weil der kann auch in einen drin spawnen, dass es ziemlich nervig ist. Ja, Treffer. Puh, nein, wir haben einen Treffer gekriegt. Jetzt sind wir so gut wie tot. Hä? Nein, wir sind... Ja, wir sind garantiert tot. So, er hat noch einen Treffer. Jetzt wollen wir ihn warten, bis er am Rand steht und dann den letzten Schlag geben. So wie jetzt. Und dann töten und dann. Oh mein Gott, er hat eine zweite Vorhau. Und wir wollen ihn am Rand töten, weil er jetzt einen weiten Weg hat. Trotzdem sind wir eigentlich schon Geschichte. Weil wir... Keine Bumerang mehr haben, keine Kreuze. Und viel zu wenig Energie. Es ist zu gut wie unmöglich, ihm auszureichen. Ich stelle mich sogar gerade richtig gut an, aber trotzdem habe ich keine Chance. Es war noch relativ knapp. Es war noch relativ knapp. Nein, Game Over. Das ganze Level von vorne. Falsch, wir fangen hier wieder an. Deswegen ist das Level eigentlich ziemlich einfach. So, jetzt mache ich einmal noch meine Routine. Ich gehe eigentlich den Weg immer zweimal. Damit ich ein paar Herzchen mehr habe. Und wieder hoch. Man kann hier bis zu viele Herzen fahren, wie man haben will. Bis 99. Aber es reicht mir eigentlich immer so zweimal. Versuchen wir es jetzt nochmal. Man kann es noch mit heiligem Wasser machen, aber da... Das habe ich noch nie ausprobiert und das will ich jetzt auch nicht. Hör! Stirb! Er ist bohnt in mir drin, der Arsch! Jetzt bin ich schon tot. Man darf in der ersten Form eigentlich keinen Treffer kriegen. Obwohl ich ihn letztens auch gerade eben auch so geschafft hätte. Ah! Nein, ich bin tot. Super! Hey, ja super, toll gemacht. Ich bin tot. Ich bin eigentlich schon tot. Okay, den letzten Treffer. Okay, es sind noch zwei Treffer, dummerweise. Jetzt letzter Treffer. Bitte doch am Rand irgendwo auf. Ja, ich bin auch... Ja, das war ja dumm! Jetzt habe ich schon gar keine Chance mehr. Hey! Hey! Ja, ich bin dort! Okay, aus screen! Okay, er wird sterben! Ja. Ich will ihn doch nur töten. Ist das denn so viel verlangt? Wahrscheinlich schon. Weil ich meine, er ist Dracula und ich will ihn töten. Naja, er ist stark. Er mag stark sein. Aber ich bin stärker. Ich bin ein Vampir-Killer. Ja. Und ich krieg halt irgendwie kein Treffer bei ihm rein. Auch doll. Du tauchst auf und dann kriegst du einen Schlag in die Fresse. Dann tauchst du wieder auf und kriegst noch einen Schlag in die Fresse. Gewöhnlich daran. Na und dann sponst du ihn mir drin. Das verdummt. Sehr dumm. Von ihm, aber ich kann nicht grad viel dafür. Okay, jetzt wollen wir warten bis am Rand ist. Er ist am Rand. Ziemlich am Rand. Spiel, du hast recht, der könnte ein bisschen weiter am Rand sein. Da bist du durchaus recht. So zumindest. So etwa. Wow, wow. Okay, hab ich grad überhaupt nicht getroffen, oder? Cool. Spring. Obwohl, eigentlich ist springen blöd, aber... Weil dann kommt er mir näher und das ist dumm. Ah, ich bin tot. Ich hab's durch ihn durchgeschafft. Cool. Noch mit meiner Unbesiegbarkeitszeit. Super. Es könnte gut ausgehen. Es könnte... Es könnte... Oh, oh Gott, das war gut. Ha. Stirb. Du bist tot. Oh, ja, du bist tot. Ich hab auch kein Kreuz mehr. Du, 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 du. Awesome. Aber Soma. Da haben wir das Spiel auch schon durch. Cool. Das ging schnell. Ich hab dafür 26 Parts gebrochen. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war Let's play Castlevania. Viel Spaß bei den Credits. Ich bin berutscht, man. Blark! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020